Ein zweiter Werkbeitrag geht an die in Speicher aufgewachsene Autorin Laura Vogt. Sie greift in ihren Texten das unausgesprochene Thema der Schweizer Frauenrolle zwischen Beruf und Familie auf und macht damit bewusst, wie sehr klassische Muster noch immer verbreitet sind. Beklemmend beschreibt sie die Einsamkeit und Verlorenheit der Frauen in einem sich auflösenden klassischen Familiensystem. Der Werkbeitrag würdigt eine Autorin, die ihre Themen unbeehrt und mit Stilsicherheit bearbeitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017